Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse heute gemeinsam mit XTB. Es ist Freitag, der 8. Dezember 2023, letzter Handelstag der Woche und heute überraschenderweise nicht am ersten Freitag, sondern jetzt am zweiten Freitag die Non-Farm-Payrolls im Fokus und ich habe schlechte Neuigkeiten in Anführungsstrichen. Ich glaube nicht, dass diese groß in irgendeiner Form Volatilität begünstigen dürften. Warum, wieso, weshalb? Dazu dann in wenigen Sekunden bis Minuten mehr. Darüber hinausgehend wollen wir heute einen Blick uns dann gönnen auf tatsächlich nochmal Einzeltitel. Doku-Sign gestern, nachwürstlich mit Zahlen. Ich fand die Reaktion nicht besonders stark, ehrlich gesagt, trotz eigentlich ganz solider Zahlen und einer ganz soliden Guidance. Nach dem jüngsten Run vielleicht ein Kandidat, eher verkauft zu werden, dann darauf werden wir gleich auf jeden Fall einen Blick werfen. Ich habe aber auch eine andere Aktie, die durchaus interessant sein könnte. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Carvana interessant werden könnte. Upstart gestern ein bisschen mit Schwierigkeiten, in Anführungsstrichen, also nicht so wirklich abgehoben. Ist weiter ein Thema, ausgehend von dem gestern skizzierten Szenario hier an dieser Stelle. Aber vielleicht ist auch Carvana interessant, vielleicht sogar noch ein bisschen sauberer interessant tatsächlich. Warum, wieso, weshalb, was es damit auf sich hat, auch dann in den folgenden Minuten mehr. Bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst ein Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesenshilfe, die sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Marketing getradet und gehen mit dem hohen Risiko anher, schnell Geld zu verlieren sind. Ausgehend hiervon nicht wie ein Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Er stelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater ladet sich dann auf xtb.com.de. Kostlos eine Demo herunterteste in einem Risikofrei-Shop. Auch wenn man mit diesem Produkt sich für eine Eignette und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikohinweis, findet ihr auf xtb.com.de. Darüber hinaus gehen wir uns gerne die Möglichkeit, den Kundensupport hier im Berliner Büro zu kontaktieren. Details folgen gleich. Kurz in eigener Sache zunächst vorab. Bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Das ist dann natürlich auch mal ein rein edukatives, informatives Event. Ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Aber wie gesagt, bitte nichts in irgendeiner Form als Anlageempfehlung missverstehen. Nutzt gerne für weitere Fragen die Kommentarfunktion unterhalb des Videos, wenn etwas unklar sein sollte. Dann einmal die Kontaktdetails, wie gerade versprochen. Telefon und E-Mail-Adresse. Kurz zu xtb.com.de als Broker. Bester CFD-Broker des Jahres 2023. Ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr links hier einmal aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation. Und auf die Noddy wollen wir jetzt einen Blick werfen. Wollen zunächst beginnen einmal mit den Nonfarm-Payroads. Querstrich erstmal mit dem S&P. Und dann einen Blick werfen auf die Nonfarm-Payroads und warum die wahrscheinlich nicht groß Volatilität begünstigen dürften. Vielleicht für Gold. Also zunächst einmal das Szenario, was ich gestern hier einskizziert habe für die Kunden von xtb. Ich glaube, das hatte ich im gestrigen Video hier nicht groß zum Thema gemacht. Ich hatte diese Linie nicht groß verändert. Also das sind die gleichen von gestern. Also nicht groß verändert, heißt gar nicht verändert. Die sind von gestern. Die habe ich eingezeichnet gehabt mit diesem Bounce-Potenzial. Und tatsächlich bin ich gestern überrascht worden, ehrlich gesprochen. Besonders auch im Hinblick auf den Nasdaq mit dem Bounce. Auch da habe ich ein Szenario einskizziert gehabt. Das war hier dieses Szenario. Halten wir diese Region unter Range-Begrenzung. Sehenden Bounce. Vielleicht in Richtung der oberen Range-Begrenzung. Kleiner Rücksetzer. Dann der Breakthrough. Eventuell getragen durch die Nonfarm-Payroads. Allerdings, ich glaube nicht, ehrlich gesprochen. Ich glaube, dass die unabhängig davon laufen dürften. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Wir haben zum einen erstmal ein Szenario im Hinblick jetzt auf diese ganze Handelswoche bezogen auf die ADP-Zahlen, wo man jetzt erstmal ein Szenario schizieren könnte, wo man sagte, naja, ADP-Zahlen unter der Erwartung. Nonfarm-Payrolls, die werden heute veröffentlicht mit 180.000 erwarteter Stellen, die neu geschaffen worden sind, ex agrar. Und wenn die ADP-Zahlen, die normalerweise positiv korreliert sind, bekanntlich, zu den Nonfarm-Payrolls unter der Erwartung reinkommen, sollte man eigentlich auch einen enttäuschenden Print im Hinblick auf die Nonfarm-Payrolls erwarten. Die Sache ist jetzt jene, dass die letzten Male es tatsächlich schon so gewesen ist, dass wir eine Abkopplung dieser Korrelation zu sehen bekommen haben. ADP-Zahlen haben gemeinhin über die letzten drei Monate, glaube ich, nicht wirklich überzeugen können. Zwei Monate mindestens. Und dann haben die Nonfarm-Payrolls mal besser performt, mal wie erwartet veröffentlicht worden. Also, dass da aktuell das eine Richtung vorgibt, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Darüber hinausgehend, wenn man sich das Fat-Watch-Tool anschaut, den Terminmarkt anschaut, dann fällt einem auch auf, dass wir im Hinblick eben auf die Erwartungshaltung des geldpolitischen Kurses seitens der US-Notenbank schon sehr, sehr viel im Hinblick auf einen expansiven Kurs eingepreist haben. Also, das bedeutet, man erwartet bis Ende des Jahres 2024 laut Fat-Watch-Tool, laut Terminmarkt, dass die Fat den Leitzins um 125 Basispunkte senken wird über den Kurs dann der nächsten Leitzinsentscheidung des Jahres 2024, die anstehen. Die Frage, die sich vor allem stellen wird, und das werden wir uns dann all detail nächste Woche ganz besonders hier an dieser Stelle anschauen, wird sein, wird innerhalb der Fat-Leitzinsentscheidung und der sogenannten Economic Projections das sich dann auch widerspiegeln im sogenannten Dot-Plot. Aber die Sache ist eben, wie gesagt, jetzt aktuell, mal angenommen, die Non-Farm-Payroads kämen schlechter als erwartet rein, würde das ja eigentlich darauf hindeuten, dass die Fat sich geldpolitisch lockerer wird präsentieren müssen und infolgedessen die dann Bullen eventuell so ein bisschen mit Rückenwind versehen. Das Problem bei der Sache ist allerdings, dass das größtenteils eingepreist ist. Das heißt, aus solch einem Print, der unter der Erwartung reinkäme, würde ich nicht zwangsläufig unbedingt ein bullisches Szenario skizzieren, würde eher ein Non-Event tatsächlich sogar sehen. Kommen wir doch noch auf eine bullische Erwartung. Dann wiederum wäre das, also für mich erstens überraschend und zweitens darüber hinausgehend eventuell nicht ganz so dramatisch bullisch, wie man es erwarten würde, weil eben ein Großteil schon eingepreist ist. Das spannendste Event vielleicht noch, wenn die Zahlen wirklich richtig outstandingly good sind, also richtig, richtig herausragend stark. Aber auch selbst dann, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist ein Print. Und vor dem Hintergrund dessen, wie sich der Markt jetzt, also der S&P oder auch der Nasdaq über das Jahr 2024 präsentiert hat, man konnte erkennen, dass selbst das nicht zwangsläufig dazu geführt hat, diese dann auch anziehenden Zinsen beispielsweise, dass die in irgendeiner Form den Bullen hier den Wind aus dem Segel genommen hat. Was wiederum bedeutet, rein saisonal, summa summarum, eventuell, es ist egal, wie die Zahlen veröffentlicht werden, das Szenario wird tendenziell eher in Richtung Bullisch gehen. Das Problem, oder Problem in Anführungsstrichen, es ist nur halb, in Anführungsstrichen, ja, halbes Problem, es ist nicht wirklich ein Problem, es ist einfach nicht offensichtlich klar. Also es wird aus meinen Ausführungen an der Stelle offenbar, dass ich nicht wirklich einen klaren Vorteil identifizieren kann. Ich warte, ich harre der Dinge, die da kommen, meine Tendenz geht eher zum Break aus dieser Range, im Falle des S&P ist auf der Oberseite, unabhängig davon, wie die Norm von Payrolls veröffentlicht werden. Aber ich kann eben keinen klaren Vorteil identifizieren. Und deswegen ist das für mich eigentlich heute nur ein Datensatz. Der wird veröffentlicht, dann gucken wir mal, vielleicht gibt es Action und dann ist die Price Action das, was mir vorgibt, wie ich es eben entsprechend zu handeln habe. Ähnlich könnte ich argumentieren im Hinblick auf beispielsweise DocuSign. Das ist jetzt hier ein Daily Chart, Einzeltitel und richtig ausverkauft worden, hat ja einen Mega-Run gesehen, folgende auf die Covid-Pandemie. DocuSign hat das innovativste Geschäftsmodell überhaupt, ich bin immer ein bisschen skeptisch und bin da ein bisschen kätzerisch auch unterwegs, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass das eine milliardenschwere Marktkapitalisierung rechtfertigt. Es handelt sich um ein Unternehmen, welches dir eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass du Dokumente online unterzeichnen kannst. Ich logischerweise während der Covid-Pandemie hat es hier einen riesen Run gegeben, weil natürlich alles von zu Hause gelaufen ist und jetzt hat es einen riesen Abverkauf gegeben und die Aktie ist eben jetzt seit langer, langer Zeit hier über die letzten zwölf Monate plus in eine Konsolidierung übergegangen. Jetzt ist die Sache die, dass man sagt, oder Konsolidierung, querstich Akkumulation eventuell nach diesem Ausverkauf. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht gibt es ja jetzt einen positiven Impuls durch Zahlen, die veröffentlicht werden und dann ausgehend hiervon entsprechend eben einen Übergang von dieser Akkumulationsphase in eine sogenannte Markup-Phase. Und die Zahlen waren gut, die waren okay. Also wir haben ein Revenue über der Erwartung gesehen mit 700 Millionen gegen 690 Millionen, Gewinn pro Aktie von 79 Cent, also bereinigt, gegen 63 Cent erwartet. Auch die Guidance für das jetzt laufende Quartal war besser, 696 bis 700 gegen 694 und auch für das vollständige Jahr hat man jetzt 2,75 Milliarden ausgewiesen gegen 2,73 bis 2,74, die man in Aussicht gestellt hat. Also unterm Strich, Upside, Downside, Beat und starke Zahlen. Also ohne Frage. Aber die Aktie hat nach einem initialen Gap oder Push auf der Oberseite nachbörslich dann diese ganzen Aufschläge wieder hergegeben und ist wieder auf das Ausgangsniveau gefallen. Also handelt jetzt nahezu unverändert. Und das ist etwas, das finde ich relativ schwach, ehrlich gesagt, als Reaktion. Und scheint mir so, als wenn der Vorteil eher hier auf der Short-Seite liegen könnte. Schlüssellevel dürfte wahrscheinlich dann in den, also tatsächlich der Chart, wie gesagt, wir sahen hier nur einen kurzen Spike auf der Oberseite und sind nahezu in diesen gleichen Gefilden hier unterwegs heute zur Eröffnung. Ich glaube, das charttechnisch relevante Level auf der Oberseite liegt so um 47, 47, 50, 48, Pi mal Daumen. Wenn wir dieses Level zurückerobern und halten können, könnte es nochmal was werden mit der Long-Seite. Halten wir drunter, droppen wir sogar die 46. Würde ich an der Stelle sogar sagen, hätten wir potenziell Richtung 45 bis 44 verkauft zu werden, weil das, wie gesagt, eine relativ schwache Reaktion auf eigentlich ganz solide Zahlen war. Auch hier ist das Bild nicht ganz klar. Also für mich, mir fällt es wirklich schwer, einen klaren Vorteil eben zu identifizieren, mal in Ergänzung zum Umstand, dass wir auch nicht ganz klar aus dieser Handelsspanne, die sich jetzt hier herauskristallisiert hatte, über den gestrigen Handelstag, nach oben in der Lage waren, auszubrechen, dieses jüngst aufgenommene Momentum weiter aufzunehmen, eher eine schwache Reaktion auf eigentlich starke Zahlen sehen. Was wiederum dann dazu führt, oder dafür sorgt, dass ich sage, ich habe hier nicht ganz klar einen Vorteil, den ich identifizieren kann. Und dann stellt sich mir die Frage, wo finde ich vielleicht ein Play, welches ein klareres Bild oder ein vorteilversprechenderes Bild, ein Weg des geringsten Widerstandes vielleicht herauszeichnet. Und da bin ich dann bei Carvana. Auch ein Short-Squeeze-Kandidat, neben Upstart. Upstart, wie gesagt, weiter 35, 36. Einfach nochmal das Video von gestern schauen. Da gibt es nochmal die Details dazu. Das ist gestern weder Fisch noch Fleisch gewesen. Was ich spannend finde, allerdings, oder was mir dann in die Timeline reinlief, war das, was wir hier in Carvana gesehen haben. Ähnliche Argumentation bis gleiche Argumentation zu Upstart. Stichwort Short-Squeeze, Stichwort Performance-Booster eventuell, der sich in den Jahreschluss finden könnte. Aber Price-Action-technisch halt sehr, sehr interessant. Wir hatten über das Jahr, also das ist ein Daily-Chart jetzt hier in Carvana, eine Short-Squeeze. Ich hatte einen Leitfaden zum Thema Aktien-Day-Trading zusammengefasst und in dem Zusammenhang eben Carvana zum Thema gemacht, weil das einfach ein perfekter, die meist geshortete Aktie der Wall Street zum damaligen Zeitpunkt war. Scharfes Widerstandsniveau hier um 56, das könnte auch dann darüber hinausgehend nochmal in den kommenden Monaten interessant werden, sollten wir diese Niveaus nochmal anlaufen. Und jetzt wird es eben interessant, wir haben dann nach diesem Pull-In hier, haben wir, der sich übrigens ja auch beispielsweise in Upstart zeigt, das hatten wir ja auch hier zum Thema gemacht gestern, dieser scharfe Rücksetzer nach dieser Squeeze, der aber ein bisschen heftiger, dramatischer ausgefallen ist. Also aus der Perspektive Carvana vielleicht sogar relativ stark, möchte man sagen. Aber jetzt sehen wir hier eine Widerstandsregion, die sich herauskristallisiert hatte, roundabout, so ungefähr um dort sehen wir 35, 36 Dollar. Und wir haben am Montag hier einen richtig starken Volumen-Breakout gesehen. Also das war tradingtechnisch extrem schwierig zu handeln, aber was jetzt spannend ist, ist, diesen Breakout konnten wir bis dato halten und vor allem der Pull-In-Day-Ziel stattgefunden hat. Also die letzten drei Handelstage ist unter ganz schallow Volumen gelaufen, sagt man. Also das heißt, wir sind zwar reingekommen, aber das Volumen ist dadurch nicht angestiegen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass man nochmal richtig einen Pounce gesehen hat und das nochmal richtig draufgehauen hat. Und das ist eben super interessant, weil ich mir sage, wir halten das Gap, wir halten, also wir sehen deutliches Volumen, was reinkommt, eine richtige Volumenexpansion. Und wir sehen eben ein dünnes Volumen, was jetzt hier in diesen Korrektur-Modus reinkommt. Ich bin jetzt noch nicht long, aber wenn man auf diese Hochs von Montag einen volumengewichteten Durchschnittspreis ankert, dann haben wir einen durchschnittlich bezahlten Preis, ausgehend von diesen Hochs, der roundabout um 39 Dollar ungefähr verläuft. Wenn wir über die 39 gehen und über 39 handeln, dann könnte das ein klares Signal sein, dass die Bullen wieder in Charge sind und die Aktie kann richtig rennen. Also die hat richtig Momentum teilweise auf der Kette, in dem Moment, wo wir einfach dann solch eine Short-Squeeze einsetzen sehen. Also Carvana, CVNA, durchaus ein ernstzunehmender Kandidat, sollten wir über 39 brechen und oberhalb der 39 halten und durchaus im Blick wert. Das war es meinerseits. Happy Trading, schönes Wochenende, habt einen schönen zweiten Advent. Wir hören uns dann am Montag wieder an dieser Stelle. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Happy Trading, passt auf die Stops auf. Habt euch wohl, bis dann und tschüss.